Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Isele. Ich bin leidenschaftlicher Gastgeber, Winefreak und Betriebsleiter im Restaurant Limmathof in Zürich. Diese nun etwas aussergewöhnliche Zeit verbringe ich mit meiner tollen Familie, gute Musik, coolen Spielen, viel zu lesen und natürlich viel zu trinken, nicht nur Wasser. Heute zum Beispiel ein Glas gelber Muscatella von meinem Freund Ewald Zweitig aus der Südsteiermark. Herrlich! Macht's gut, bleibt gesund, Prost!